Musik 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 Wie tut den einfach so kaputt aus? Musik Das tut nun doch weh Seien die, die das bewussten, toten Mein Pik ist da jetzt! Ähm, ich hab den nicht gepickt Hilfe! Hau das Herz! Ich würde dich jetzt am liebsten in die Lobby hier springen fast überleben und dich an... Musik Musik Ich will dich einmal so buchsen und dann one hit fährst du so alles also Musik 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 Ich find's so doof, dass sie in den Lobby hier keine Schlupflöscher gemacht haben wie man irgendwie ins Spiel kommt Du weißt Das wäre witzig Du weißt Du weißt Ich hab einen Sch... Schwein gekehlt Ich hab einen Schwein gekehlt Mhh, das ist voll gut Ich hab einen Tochter Vorfahren Oh Mann, hier gibt es jaChem Nein por August Ich hab was für diese Runde? ähm, wie hieß das Spiel noch schon wieder? Äh, Pigwurst, sagen wir in Sachen. Wir sagen bis zu... Wir sagen von Paul und Ross. Bis zum nächsten Mal. Hi, Leute, und herzlich willkommen zur ersten Folge Pigwurst. Wir wissen gar nicht, was es ist, und mit wir ist gemeint, und Joey. Hallo. Wir haben das noch nie gespielt, wir sind einfach mal hier gejoint. Es geht los in fünf Sekunden. Das war ein Schwein gemeint, da dachte ich an Paul und dann dachte ich, komm, wir spielen noch. Ja. Wir nehmen einfach mal auf, in der ersten Runde. Äh, Pigwurst, ich hab gerade ein Schwein abgeschossen. Ja, ich hab ein Schwein. Eine Karotten, bitte. Ich hab auch ein... Aber muss ich die abschießen, die Gegend, die sind böse im Stück. Oh, die laufen noch nicht gerne bei mir. Oh, doch, jetzt noch. Oh, das ist tot. Mein Schwein ist tot. Ja, dann bist du verloren, heißt das, glaube ich, weil du bist ja auch ein Spiel. Also so warst du nicht anschauen. Oh, Alter, ich meine... Meine Karotte aufs Steg ist gleich auch tot. Ja, ich hab ein Schwein getotet. Ja, ich schau dir zu. Mein Schwein hat noch vier Leben. Cool. Ich fahr jetzt ein bisschen und dann ist es cool. Joey, das sieht so geil aus. Nee, nee, nee. Schweine, Schweini, pack auf, nee. Meine hat noch immer volles Leben. Aber bitte, läuft, Joey. Du Schweini, du schweigen. Ich hab sie immer gekillt, glaube ich, ne? Ja, ich hab sie wirklich gekillt, glaube ich. Oh, Alter, mein... Du Bananakakka. Oh, Standbeer. Pick shot your bow. Oh, Alter, ich hab nicht mehr viel Herzen. Ich hab nicht mehr viel Herzen. Bei mir war auch so lecker. Oh, Peter, ich will nichts. Guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir. Hallo. Ich glaub, wir machen dann noch gleich eine Runde. Ja, das wird ich. Das ist Schweine wie Pol. Bis gleich. So, es geht jetzt weiter hier. Die zweite Runde. Pick was mit dem Joey. Das macht Verbot, endlich. Doch, mein Tisch ist ein Schott. Und hinten ist ein Schwein. Okay, jetzt müssen wir sofort bewegen. Und du weißt schon, Schweine... Zeig dir schon mal von vorne. Okay, von hinten. Ich hab ein Schwein. Jetzt fache ich los. Mit meinem Schwein. Fuck, mein Schwein stirbt hier. Wenn ich nicht schnell jetzt fache. Oh, mein Schwein ist tot. Ich krieg dich aus dem Rennen. Oh! Oh, ein Schwein! Affe! Äh, mein ein Schwein von mir ist gestorben, ne? Jetzt hab ich mir einfach so ein neues geholt. Ich such mir auch jetzt ein neues. Da ist ein neues! Nee, das ist ein neues. Geh weg da! Paulius von... Äh, keine Ahnung wo. Uh, voll cool. Ich hab so... Neues Schwein! Ich bin so schlecht in dem Spiel. Du weißt... Mein Schwein! Ah! Immer so Schweine! Hör auf! Hör auf! Geh weg, sonst schieß ich dich ab! Okay, du hast mein Schwein getötet, also jetzt musst du ein bisschen... Pock, ich hab nicht mehr viel Herzen! Bitte, helf mir! Bitte! Please! Please! No! No! Oh, no! Machra! Ah! Ah! Oh, no! Ah, da, ich bin down! Wegen dir! Nee, Spaß! Das hast du nicht! Komm jetzt zu! Guck, mein Name, ob ich überhaupt... ...ein... ...ein... ...video... ...ob ich überhaupt schon... ...ein... ...ne, hab ich nicht! Doch in anderen... Ah, ne, das war hier! ... 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 noch immer kann und nicht die Technik aus und man Elbe Schrein lenken soll und dort auf die Anliegen schießen soll der Sprechmann ist tot in die Hälfte und Schrein klar ja